David hatte die Rauchbombe in der Hand und der Handschuh ist einfach verbrannt. Musst du da weg? Dann hat sich die Senze hier in die Fresse geschlagen selber. Yo, das ist geil. So Leute, was da? Willkommen zu einem neuen Video. Heute mal ein anderes Format und zwar machen wir heute ein Breakdown. Einen meiner Videos, die ich schon mal gemacht habe und wir checken mal ab, was ich da alles eigentlich gemacht habe. Es ist glaube ich schon ein Jahr her, seitdem ich das Video produziert habe und ich habe keine Ahnung mehr, was ich damals gemacht habe. Aber ich versuche euch trotzdem mal so ein bisschen zu erklären, was ich so gemacht habe. Dafür gehen wir jetzt einfach mal bei Premiere Pro rein und dafür mache ich meine krassen Karate-Moves. Das Projekt ist Glow in the Dark. Checkt einfach unten in der Beschreibung den Link. Das Video ist bei Blackout auf dem Channel. Sören läuft hier ein bisschen durch die Gegend, durch den Wald. Karate Grading ist ziemlich happy. Er drückt den Knopf. Schön warm, alles geil. Geile Stimmung. Sören fängt an zu dancen. Nice. Geile Musik. Kleiner Funfact, dieser Song war glaube ich bei seinem allerersten Video. Und hier kommt ein kleiner Break. Weil Glow in the Dark war nämlich das Video zu Halloween. Und dazu gibt es diese Figur, das ist der Antagonist. Das ist nämlich David in einem, keine Ahnung, so einer Rabenmaske oder sowas. War wohl witzig auf jeden Fall. Wie gesagt, der Song hier ist glaube ich der allererste Song, den Sören für sein erstes Video genutzt hat auf YouTube. Checkt das mal ab. Das habe ich so zu mir jetzt auch im Kopf. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das stimmt, aber ich glaube schon. Und deswegen hatte der so voll die Nostalgie. Und ich habe ihn dann gefragt, was ist so ein Song, was du geil findest, um dieses Video zu beginnen mit guter Stimmung. Und dann hat er gesagt, genau der. Ein bisschen B-Roll, wie gesagt, ne. Das Bike wird angeschaltet, nice. Er fängt los. Geile Stimmung. Hat Musik. Kleine Compilation. Wheelie. Und jetzt kommt David wieder mit seiner Sense. Geiler Funfact hier. David hatte die Rauchbombe in der Hand und der Handschuh ist einfach verbrannt. Während er die Rauchkanade da festgehalten hat und an der Sense so entlang gegangen ist. Das war richtig heftig. Genau. Ansonsten, ihr seht hier noch diese kleinen Einstellungsebenen. Das sind diese Glitches. Seht ihr das? Das sind die Glitches. So, weiter geht's. Oh, nice. Gute Zeitung. War auch schon der Bernie. Noch ein geiler Wheelie. Und, dunkle Stimmung. Jetzt ist David an der Reihe. Seine Rolle kommt jetzt richtig raus. Die Sense mit der Transition. Nice. Die Transition war, glaube ich, auch richtig anstrengend. Ich weiß gar nicht mehr. Hat auf jeden Fall viel Zeit gekostet, die zu machen. Weil die halt über mehrere Ebenen ging und so weiter. Boom. Ja. Ah, nee, ich hab was anders gelöst. Nicht mit mehreren Ebenen, sondern tatsächlich einfach nur mit einer weichen Blende und einem Glitch. Krass. Ja, ich hab nämlich zwei Shots gemacht. Ich suche euch mal eben das Behind the Scenes der Film aus, Leute. Klar ist es, Leute. So, also das ist das Behind the Scenes von dieser Szene eben. Also, Sören fährt hier so vorbei. Wir haben das kaum 10 Millionen Mal gedreht, was halt nie richtig geklappt hat. Ich saß im Auto. Sören fuhr mit dem Motorrad. Wir fahren so. Dann steht irgendwann der David da auf dem Feld. Und dann müsste das Auto anhalten und perfekt steady stehen, damit das Bild nicht verwackelt, damit diese Transition funktioniert. Und dann muss die Kamera komplett perfekt stehen bleiben. Und in der Zeit, wo ich stehe, musste dann David quasi seine Sense bekommen. Und das haben wir so gemacht, ihr habt ja gehört, ich hab jetzt geschrien, damit die Sören wegfährt. Dann kam David ins Bild. Das Auto bleibt stehen. Ihr hört im Hintergrund noch das Auto. Hand! Ich rufe Hand, ganz laut. Senser! Die Sense kommt. Maverick war übrigens auch an dem Tag dabei. Seht ihr hier. Maverick raus! So, jetzt hat er die Sense in der Hand. Zack! Oh, dann musste David ecken. Dann hat sich die Sense hier in die Fresse geschweigen, selber. Scheiße Mama! Yo, das ist geil, Alter. Äh, genau, also. Das war's im Prinzip. Äh, Maverick läuft hier an. Sense rein. Boom. Und dann muss David anfangen zu ecken. Genau. Und wegen solcher Fehler, wo David sich die Sense irgendwie da, äh, sich selbst die Fresse einhaut, ähm, ist halt manchmal passiert, weil das Teil ist halt mega unamtlich. Und er hat in dieser Maske halt nichts gesehen, ne? Was halt krass war. Äh, und der Cut ist im Prinzip von hier, Steady Shot, dann, boom. Die Sense ist da und Cut rein. Ne? So ist das ungefähr gewesen. Das war so ein bisschen der Plan im Kopf und es hat halt eben so funktioniert. Ähm, da es nicht ganz perfekt funktioniert hat, also wenn ich das hier die ganzen Effekte wegmachen würde, äh, hat es leider nicht so perfekt hingehauen, wie ich es mir gewünscht habe, weil das Auto immer nicht ganz so perfekt stehen geblieben ist. Äh, es hat immer ein bisschen Geruch geht. Normalerweise macht man sowas ja mit dem Stativ. Und, äh, deswegen habe ich jetzt einfach hier diesen Glitch gemacht, den ihr hier seht. Äh, ich brauche mal ein bisschen größer. Und das Bild halt so überhaupt gegradet, damit man einfach nicht diese Differenz sieht. Weil wenn ihr jetzt genau drauf achtet, und das ist halt ein Fehler von mir. Oder was heißt Fehler? Aber es ist halt, ich habe drum herum gearbeitet, weil es ja eben nicht die perfektesten, äh, Verhältnisse dafür da waren. Normalerweise bräuchte man halt ganz anderes Equipment, um solche Szenen zu drehen. Ähm, es ist schon sehr gut geworden. Aber man sieht halt wirklich, wenn ihr jetzt hier die Horizontlinie euch anguckt zum Beispiel, die verändert sich plötzlich. Schwer zu erkennen, aber ja. Ja, deswegen ist es nicht perfekt, aber, äh, es funktioniert, denke ich mal. Also, vielen hat das Video auf jeden Fall gefallen, was mich sehr gefreut hat. Von daher, äh, hat funktioniert. Oh, und das ist so ein bisschen das Beantazin zwar in dieser Szene. Sehr geil. Hat auf jeden Fall Bock gemacht. Die Szene war auch ganz geil. Ihr seht hier, Sjörn fällt hier an. An diese Stopplinie hier quasi. Bremskurz und hier und da sind zwei Lichter aufgestellt gewesen. Und dann haben wir auch ganz viele so kleine Rauchbomben gekauft. Also gar nicht diese großen, die so viel Rauch machen, sondern ganz viele kleine. Weil ich wollte einfach nur so einen Haze haben. Ich wollte quasi nicht zu viel Rauch auf einer Stelle, weil das sieht einfach, finde ich, zu gekünstelt aus. Stattdessen wollte ich diesen nebeligen Rauch haben. Deswegen haben wir ganz viele kleine Rauchbomben gekauft. Und ich glaube, wir haben da an der Stelle irgendwie sieben, acht, neun oder zehn Rauchbomben einfach hingelegt und angemacht. Ein paar Szenen während der Fahrt mit dem Rauch und so. Auch geil. Das haben wir geshootet, indem wir, äh, ich habe ein BMW 318i, glaube ich, ja. Äh, und, äh, da hat oben ein Fenster. Äh, da hat sich der Maverick reingestellt und Licht von oben gehalten. Und ich bin auch so gut, äh, Beifahrer, glaube ich, raus und habe, äh, die Kamera gehalten. Overshoulder und pfiuh. Nice. Hier beginnt die Illusion, Leute. Falls es euch noch nicht aufgefallen ist, äh, es geht ja eigentlich um den Merch von Søren in diesem Video. Diese Szene habe ich auch sehr aufgedreht, weil es echt schwer war, diese Maske von Davids Gesicht zu schlagen. So, jetzt kommt die Kamera von Davids, angefahren. Auch hier wieder, ach, so viel Produktionsaufwand eigentlich, Leute. Das ist ja eine Yamaha, äh, ich glaube, MT-10. Ich glaube schon. Und die haben wir vom lieben Byte Flow bekommen, äh, weil er ja bei Yamaha arbeitet. Yamaha arbeitet. Und, äh, da hat das alles geklappt zum Glück und dadurch hat er dann Davids dieses Bike zur Verfügung. Mega nice. Er steigt auf. Litch effect, Litch effect. Und hier ist, glaube ich, zum ersten Mal der Pulli da. Und zwar ist das dieser hier, dieser Glow in the Dark Pulli. Äh, voll geil, weil, äh, die Schrift einfach leuchtet. In der Duklaat. Oh, nice. Wieder ein paar B-Rolls. Nice. Wollt ihr das vielleicht nochmal hören, genießen. Jetzt gibt's so eine Art Verfolgungsjagd im Weenie, ist ja klar. Ein paar Verfolgungsszenen. Diese Szene hier, alter, gruseligste Erfahrung in meinem Leben. Also ihr müsst euch vorstellen, äh, ich glaube ich, natürlich mit Helm, äh, mit der Kamera in der Hand. Also meine beiden Hände hatten dann die Kamera und, äh, den Fahrer vor mir, ne? Und, äh, da machen wir diese Verfolgungsjagd-Szenen halt in der Dunkelheit. Weil ihr seht ja hier in dem Video, da ist gar kein Licht, außer das von den Bikes, ne? Und ich hab diese Szene wirklich handheld gemacht, einfach, äh, als Beifahrer auf dem Motorrad. Also es war wirklich Verfolgungsjagd und ich als Beifahrer auf dem Motorrad. Holy shit. Äh, aber ganz geil, das Feeling ist auf jeden Fall nice. Hier wieder aus dem Auto war es. Ich entsteh neben, auf der Straße. Nice. Ja, da war ein Verfolgungsjagd-Szenen halt. Das ist geil. Die Lichter, die rumspielen, auch geil. Und hier, falls ihr mal, äh, die Komposition, falls ihr euch dafür mal interessiert, wie ich dieses Bild komponiert habe. Das ist ja schon Absicht. Ähm, ihr seht, die Straße hier, beziehungsweise der Horizont liegt nur im unteren Drittel. Äh, und, äh, und das Ganze, was hier schwarz ist, ist halt so erdrückend, ne? Und man konzentriert sich ja sehr stark nur noch auf die Lichter, also man führt das Auge quasi zu diesen Lichtern. Wenn ihr euch vorstellt, hier waren hier die ganzen Linien, die eh schon zur Mitte führen. Diese weiße Linie, diese Linien hier, diese Linien hier, die führen alle quasi in die Mitte ins Bild rein. Beziehungsweise hier unten rein, da wo die Lichter sind. Und dann hier der ganze schwarze Raum, ähm, das nennt man Negative Space. Und, äh, diesen Negative Space habe ich mir zum Nutzen gemacht, indem ich eben das Bild nicht so ausgerichtet habe, dass der Horizont in der Mitte des Bildes ist, sondern im unteren Drittel. Weil, was das macht, ist, dadurch, dass hier so viel leerer Raum ist, guckt das Auge da auch nicht hin. Das ist halt so viel gleichmäßiger, leerer Raum. Uninteressant im Prinzip fürs Auge. Gleichzeitig aber macht es eben das, was hier unten passiert, viel interessanter. Ja, und das ist das Geile an Negative Space. Kann man an so vielen verschiedenen Stellen so geil nutzen. Wirklich. Nice, nice, nice. Und eine geile Münisszene, und eine geile Verfolgungsszene. Mal von der Brücke oben. Eine Scheißszene während der Fahrt. Auch immer schwierig aufzunehmen, diese Close-ups während des Fahrens. Dieses, ich weiß nicht, ob Leute das so richtig registrieren eigentlich im Video, wenn die das sehen. Aber ich gebe mir da auch immer richtig Mühe, dass ich diese Szene natürlich naile. Und zwar Kupplung ziehen, schalten, Kupplung los, go. Also das ist einfach fürs Fehlchen. Finde ich einfach geil. Das fühle ich einfach gut an. Genau. Da war es doch schon mit den Fahrszenen eigentlich. Und jetzt geht es rüber in diese Lagerhalle. Auf einer meiner Lieblingsspots. Und da kommt dann das schon, der David. Zack. Wieder seine Transformation. Oh, was war das denn? Da fehlt, glaube ich, einfach eine Videodatei. Scheiße. Äh, ja. Also das könnt ihr dann im Original-Video sehen, weil anscheinend fehlt hier was. Äh, jedenfalls. Hier passiert irgendwas. Und dann kommt seine Sense. Nice. Wum, wum. Wum, Helm weg. Und jetzt geht es rein in die Lagerhalle. Um die Serum zu transformieren. In einen Zombie. Nice. Ja, also wie gesagt, ich vergesse auch niemals diese Establishment-Shots hier. Das ist auch vom Feeling hier. Man ist in dieser Lagerhalle und da ist so dieses, keine Ahnung, hat er dieser Propeller da. Voll geil. Und dann dieser Schatten davon, vom Mondlicht. Choco-Sell. Mega nice. Ja, hier auch, ne? An dem Licht läuft einer vorbei, zack. Und quasi so eine Art Storytelling-Transition irgendwie. Man läuft und man läuft. Geil. Nice. Die Tür ist abgeschlossen, ist ja klar. Und da bekommt er bekommt. Er ruft seine Zombie-Voice. Und da kommen die Abendbarn-Barn-Barn. Und jetzt wird dieser Hingewicht. Hier unten lag eine Matte von mir, die ich mitgebracht habe. Ah, ne, 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 sorry, gar nicht. Ich lau scheiße. Hier lag eine Matratze von Søren und David. Und die haben sich richtig aufgeregt, dass die dreckig geworden ist. Das ist ja klar, weil die Lagerhalle halt fucking dreckig ist. Nice. Hier steht Søren auf. Diesen Shot haben wir einfach rückwärts gedreht. Indem er einfach gefallen ist und so geguckt hat. Und dann habe ich das Impulse Reduction einfach rückwärts gemacht. Dadurch ist die Software mehr aufgestanden. Easy. Dann noch ein kleiner Merch-Porn, würde ich mal sagen. Vom Glow-in-the-Dark-Bulli. Der übrigens echt geil ist. Also den feier ich sehr hart. Feel the Dark. Mega nice. Ja, ja, geil. Also einfach basic ein paar Shots. Ne, ja. Richtig geil. Alleinmal auch ohne Glow-in-the-Dark-Effekt. Also mal so in live, wie er so wirklich aussieht. Nice. Und dann gibt es hier nochmal so einen kleinen Aufhänger, weil hier endet die Story wirklich. Und zwar endet die Story auf der Straße. Falls ihr euch zurückerinnert. An der Stelle, wo David Søren quasi erschlagen hat. Ganz am Anfang, wo er verschwunden ist. Das ist eigentlich so die Story, die da endet. Naja, und dann sind wir nochmal in Action. Team. Mayo war übrigens auch dabei. Hat auch geholfen. Flo nicht zu vergessen. Der ist leider nicht bis zum Ende geblieben, weil er musste nämlich an diesem Tag, an diesem Morgen noch arbeiten. Ich glaube, der musste dann um 6 Uhr wieder Schicht machen. Deswegen ist er früher gegangen, was auch vollkommen okay ist. Er ist echt mega lang geblieben. Dickes Dankeschön an alle, die geholfen haben. Ja. Und gebt euch mal das Gesicht von David, der ist komplett verschmitten mit dieser Haarfarbe, die er zugesprayt hat. Ja, das war das Projekt. Glow in the Dark. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich hoffe, dieser kleine Breakdown, Review, was auch immer, gemischt, hat Bock gemacht, sich anzuschauen. Und wenn ihr mehr davon haben wollt, vergesst nicht zu liken, vergesst nicht zu abonnieren. Aktiviert die Glocke, es würde mich mega freuen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann.